Ich kann nur appellieren, dass ich sage, bitte unbedingt weiter den gelben Sack, die gelbe Tonne benutzen. Denn nur das, was wir an Kunststoffen getrennt sammeln, das kann auch recycelt werden. Und ein großer Teil wird dennoch recycelt und kann entsprechend auch hochwertig weiterverwendet werden. Und was nicht recycelt wird, wird halt dann thermisch verwertet, so nennen wir es. Das heißt also, wird zu Energie gemacht und ersetzt fossile Brennstoffe. SWR 1, Leute. Bei uns ist Professor Christina Dornack aus Dresden. Hallo und herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie es geschafft haben, zu uns zu kommen. Wie geht's? Alles in Ordnung? Alles wunderbar. Ich bin gestern mit dem Zug angereist. Eine sehr angenehme Fahrt nach Stuttgart. Mit dem Zug. Trennen Sie eigentlich Ihren Müll im Zug? Also wenn Sie jetzt so in einem Zug sind, da gibt es ja auch so Mülltrennung in dem Zug. Machen Sie dann wirklich die Sachen auseinander? Stecken das Papier dann in den Papier? Macht man das dann so oder sind Sie... Ja, wenn es die Gelegenheit gibt, mache ich das natürlich. Gestern hatte ich tatsächlich keinen Müll dabei, weil ich von zu Hause einiges mitgebracht habe, was ich dann in den sechs Stunden essen und trinken konnte. Ist ja überhaupt die Lösung, keinen Müll dabei haben. Das Thema, über das wir heute sprechen, ist Plastikmüll. Davon gibt es sehr viel. Sie sind Umweltwissenschaftlerin an der Technischen Universität in Dresden und Sie sind auch Expertin für Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Was bedeutet das jetzt für Ihren Berufsalltag genau? Was machen Sie den ganzen Tag? Meine wichtigste Aufgabe ist natürlich, Studierende auszubilden in dem Bereich Umweltwissenschaften und ganz besonders natürlich in den Techniken der Abfallbehandlung, aber auch in den Theorien zur Kreislaufwirtschaft. Das ist so die Hauptaufgabe und dann machen wir noch eine ganze Menge Forschungsvorhaben, die sich mit Techniken befassen, die sich aber auch mit spannenden Themen befassen, wie wir zu mehr Recycling zum Beispiel kommen oder vielleicht auch darüber, wie wir weniger Abfall insgesamt produzieren. Das sind ja beides eigentlich ganz, ganz wichtige Themen, die eigentlich relativ wenig in der Öffentlichkeit in letzter Zeit zu finden waren. Da gab es jetzt einen Film, eine Doku, die gerade auch in der ARD-Mediathek zu sehen ist, die Recycling-Lüge. Der hat ja sehr kontroverse Diskussionen auch ausgelöst, der Film. Und der räumt nach eigenen Angaben mit dem Mythos auf, dass wir hier in Deutschland unseren Müll wirklich wiederverwerten. Haben Sie den Film gesehen? Ja, den Film habe ich mir natürlich angeschaut und ich habe auch zum einen die Kommentare gelesen und zum anderen auch das Echo von den Verbänden gehört und gesehen. Und wir haben uns am Institut natürlich auch darüber unterhalten. Was haben Sie denn so als erstes gedacht, als Expertin, als Sie den Film gesehen haben? Der ist ja doch relativ schockierend. Erst habe ich gedacht, oh nein, die Recycling-Lüge suggeriert ja schon, dass wir nicht recyceln und das ist so einfach nicht richtig. Also in vielen Bereichen können wir das recht gut und es gibt Bereiche, wo wir das noch nicht so gut können. Aber zu suggerieren, dass Recycling eine Lüge ist, das fand ich sehr, sehr schade für alle Anstrengungen, die in den letzten Jahren passiert sind. Okay, also wir schauen gleich nochmal ein bisschen differenzierter auch auf den Film drauf und gehen mal auf die Kernaussagen auch ein. Sie sind auch im Sachverständigenrat, der die Bundesregierung berät, in Umweltfragen. Wie viele Menschen sitzen da? Was wird da eigentlich besprochen? Also was ist da gerade so Thema? Ja, wir sind sieben Räte und die aus sehr verschiedenen Fachrichtungen kommen. Also aus der Energiewirtschaft, aus der Erdsystemforschung, aus der Biodiversitätsforschung, Politikwissenschaftenrecht und Umweltmedizin. Also eine sehr diverse Truppe an Räten und dann stehen hinter uns noch die Wissenschaftler aus der Geschäftsstelle. Das sind nochmal so zehn oder zwölf Wissenschaftlerinnen, die hier uns unterstützen in unserer Arbeit. Menge Expertinnen und Experten, da stelle ich mir vor, dass da doch eine ganze Menge Meinungen dann auch zusammenkommen. Wie kommt man da auf einen Nenner? Ja, Meinungen kommen sicherlich verschiedene zusammen. Sie kommen aber auch vor allem aus verschiedenen Richtungen. Und was uns gemein ist, dass wir sagen, wir wollen etwas tun fürs Klima, wir wollen etwas tun für die Umwelt und wollen mit unserer Expertise dann entsprechend beraten und Denkanstöße geben, sodass die Politik dann Dinge auch umsetzt, die wir für wichtig halten. Und das sind ganz verschiedene Themen, mit denen wir uns befassen und ich bin halt für die Kreislaufwirtschaft zuständig. Und was ist gerade so Thema für die Bundesregierung in Sachen Umwelt? Ja, wir haben zum einen natürlich über das CO2-Budget gesprochen, was ein großes Thema ist, weil wir einfach unsere Klimaziele wieder verfehlt haben im letzten Jahr, unsere CO2-Ziele. Das ist ein großes Thema. Wie können wir da hinkommen? Und da kann jeder seinen Beitrag dazu leisten, also Politik, Industrie und jeder einzelne Verbraucher. Das diskutieren wir ganz stark. Dann Stoffe, wie sie sich in der Umwelt verhalten. Verschiedene Chemikalien, die wir ja in unseren Produkten haben. Wie verhalten sie sich in der Umwelt? Wie können wir als Individuen, als Menschen mit Themen umgehen? Und dann ist ein großes Thema auch Verzicht. Da hat ja auch Markus Lanz jetzt ein Gespräch gehabt, kann man sich auch auf YouTube anschauen. Also Verzicht, wir als Verbraucher, wie können wir weniger, mit weniger Material vielleicht mindestens genauso glücklich sein. Plastik kommt in den gelben Sack, Papier in die Papiertonne, Glas natürlich ins Altglas und so weiter. Mit dieser Logik glauben wir seit Jahren, dass der Verbrauch von Plastikverpackungen gar kein großes Problem darstellt, da sie ja alle recycelt werden. Die Umweltwissenschaftlerin Professor Christina Dornack ist in SWR1, Leute. Täuschen wir uns da selbst oder werden wir vielleicht sogar getäuscht mit dieser Logik? Ja, wir sehen natürlich, glaube ich, zu Hause, dass wir sehr, sehr viel Plastikmüll produzieren, sage ich mal, dass viel im gelben Sack landet oder in der gelben Tonne und fühlen uns vielleicht damit auch nicht ganz wohl. Und vielleicht hilft es uns etwas zu sagen, ja, das wird ja recycelt, aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Es ist einfach zu viel und das Recycling ist ein Punkt, aber dass wir weniger verbrauchen wollen, das ist, glaube ich, der viel wichtigere Punkt. Und da brauchen wir auch Denkanstöße und brauchen auch ein bisschen einen Schubs, das, was es uns leichter macht, weniger zu verbrauchen. Ja, man fühlt sich ja wie in einer wahren Schlacht eigentlich im Alltag mit diesen ganzen Verpackungen und so weiter und hat das Gefühl, man ist eigentlich relativ machtlos dem gegenüber. Es gibt zwar so ein paar gute Anleitungen, was man tun könnte, um Verpackungen zu vermeiden, aber der Eindruck, da machtlos zu sein, würden Sie den auch bestätigen? Den würde ich eigentlich nicht bestätigen. Wir sind in einer gewissen Komfortzone und unser Komfort ist uns natürlich einiges wert und wenn wir jetzt losgehen und sagen, ach Mist, jetzt habe ich einen Beutel vergessen, um das einzukaufen, na dann nehme ich mir halt hier einen. Und dafür sind vielleicht auch diese Beutel oder auch die Verpackungen, von denen wir den Preis ja gar nicht extra ausgewiesen bekommen, vielleicht auch noch zu preiswert. Wenn sie teurer wären, würde uns das helfen, sage ich mal vorsichtig. Also das Problem beginnt mit der Müllentstehung. Das ist ja ganz klar. Da wollen wir jetzt mal ein paar Zahlen nennen, die ja beeindruckend sind. Wir haben 2019 rund 417 Millionen Tonnen Müll. Insgesamt, das ist jetzt nicht der Haushaltsmüll, der beläuft sich ungefähr auf ein Zehntel, also auf 40 Millionen Tonnen. Das macht pro Kopf, einfach mal so, damit man mal eine Zahl hat, 457 Kilogramm pro Jahr, also ein Kilogramm pro Einwohner und pro Kopf. Ist das viel oder sind wir da gar nicht so schlecht im Vergleich? Das ist im Vergleich natürlich schon viel und die Abfallentstehung, die hängt direkt zusammen mit dem Wohlstand. Und Deutschland ist ein vergleichsweise reiches Land und damit haben wir die Korrelation schon da. Also wir sind da ziemlich weit oben bei der Abfallentstehung. Ärmere Länder produzieren wesentlich weniger. Wir haben ja dann unseren Müll, der recycelt wird. Da gibt es die sogenannte Recyclingquote. Aber jetzt haben Sie gerade das Thema Geld angesprochen, also Reichtum. Reichtum ist ja etwas, was auch für das Recycling wichtig ist, denn Recycling kostet ja Geld. Also das können wir uns leisten oder sollten wir uns leisten können. Da ist ja immer dann die Frage, muss man da die Zeit so ein bisschen zurückdrehen, wenn man sein Verhalten verändert? Also ist sozusagen mehr Konsum, mehr Einweg automatisch auch gleich Fortschritt in Ihren Augen? Oder sollten wir da vielleicht mal ein bisschen kritischer hinterfragen? Ich glaube, da sollten wir unbedingt kritischer hinterfragen. Es ist halt immer wieder eine Entscheidung, die wir auch im Alltag treffen, ob es mich glücklich macht, mit so vielen Produkten, auch so vielen verschiedenen Produkten nach Hause zu gehen oder ob ich halt wenige Produkte, vielleicht wertige, wertvolle Produkte habe, die dann möglicherweise auch in Mehrwegverpackungen sind, die dann gar nicht nur aufbereitet werden müssen und gar nicht komplett recycelt werden müssen. Und ja, von daher ist das vielleicht gar nicht so eine Wohlstandsfrage oder gar nicht die Frage, wieder zurückzugehen in den Ursprung, sondern ein bisschen nachhaltiger zu denken. Wir recyceln ja tatsächlich gar nicht so viel. Also wenn man jetzt mal nachhaltig denkt, es ist ja ungefähr ein Viertel unserer Einwegflaschen, die recycelt werden und die meisten davon werden aber auch gar nicht wieder zu dem gleichen Produkt gemacht. Gibt es dafür einen Grund, warum wir so wenig recyceln? Also es sind, glaube ich, am Ende dann, also wenn aus so einer Plastikflasche wieder eine Plastikflasche wird, sind wir bei unter 10 Prozent. Ja, beim Plastik gibt es sicherlich noch eine ganze Menge zu tun. Also das hat auch Gründe, das hat einfach auch Gründe in der Qualität. Aber schauen wir uns Glas und Papier an, da sieht das viel besser aus. Da sind die Sekundärrohstoffe wirklich die wichtigsten Rohstoffe und Sekundärrohstoffe sind halt die rezyklierten Abfälle, so will ich das mal nennen. Und das sind dann tatsächlich die wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von neuem Papier beziehungsweise von neuem Glas. Beim Kunststoff ist das deutlich weniger, da müssen wir noch daran arbeiten, aber auch das ist sehr vielschichtig. Es ist ja nur ein kleiner Teil der Kunststoffprodukte, sind ja nur Verpackungen. Das sollte man nicht vergessen. Das ist auch in dem Film nicht so gut rausgekommen. Frau Dornack, ist Dresden so eine richtig gute Adresse, wenn es jetzt um Ihr Fachgebiet, die Umweltwissenschaft und um Kreislaufwirtschaft geht? Das ist eigentlich eine Frage, die können Sie ja nur mit Ja beantworten. Also erstmal, Dresden ist natürlich immer eine gute Adresse, ist eine tolle Stadt, aber insbesondere für mein Fachgebiet auch, weil wir in Deutschland die einzigen sind, die Studierende ausbilden, in einem Masterstudiengang, der Abfallwirtschaftenaltlasten heißt. Der sich also mit Abfällen befasst und auch mit den Altlastenkontaminationen, die wir haben. Und da sind wir deutschlandweit die einzigen. Also tolle Adresse. Alleinstellungsmerkmal ist immer gut. Woran forschen Sie aktuell jetzt gerade? Wir forschen an verschiedenen Themen. Das eine sind natürlich, wie man das Recycling verbessern kann. Das ist einmal eine technische Frage. Das zweite ist, wie man große Abfallströme, wie zum Beispiel Baurestmassen, wie man die vielleicht auch besser recyceln kann, sodass sie wieder ins Produkt kommen. Das heißt also, dass auch im Hochbau wieder alte Restmassen benutzt werden können. Und ein weiteres spannendes Thema sind Fasern, zum Beispiel Carbonfasern, aus denen tolle Produkte gemacht werden. Leichte Fahrräder, Skier, Fahrradhelme. Aber was machen wir mit diesen sogenannten Verbundstoffen dann nach ihrem Lebensende? Ein super spannendes Thema, weil es ein hochwertiges Produkt ist, was wir natürlich nicht zu Abfallwerten lassen wollen, sondern wieder in neue Produkte einbringen wollen. Also spannende Wissenschaft im Detail, im kleinsten Detail, aber einem der großen Probleme unserer Zeit, nämlich was machen wir mit unseren Müllbergen und wie gehen wir weiter um mit Rohstoffen? Wie können wir die auch einsparen? Sie beraten ja auch die Bundesregierung als Sachverständige. Da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Aber jetzt mal für Sie so zur Einordnung. Was haben Sie denn das Gefühl, wie viel wird Ihre Arbeit denn tatsächlich von der Bundesregierung wahrgenommen und dann das Wichtigste auch umgesetzt? Also Ihre Ratschläge, werden die tatsächlich befolgt? Also ich glaube, die Arbeit wird sehr gut wahrgenommen. Wir diskutieren auch die Themen mit dem Bundesumweltministerium, mit den Akteuren dort, auch mit dem Umweltbundesamt. Also das sind schon Ratschläge oder Themen, die wir gemeinsam diskutieren und die dann vielleicht auch in der Politik Einsatz finden. Und ich bin ja jetzt erst seit zwei Jahren Ratsmitglied. So eine Ratsmitgliedschaft dauert vier Jahre. Von daher kann ich aus der Vergangenheit nur sehen, dass da einiges tatsächlich auch umgesetzt worden ist und dass die Beratungstätigkeit doch fruchtet. Also haben Sie Bergfest jetzt gerade? Ich habe jetzt Bergfest für diese Ratsperiode. Genau so ist das. Und da schreibt uns eine Hörerin Barbara aus sinnigerweise Müllheim. Nachdem wir die Sendung gesehen haben, steht für uns fest, dass wir nicht mehr sortieren, Karton und Glas ausgenommen. Ist das Christina Dornack? Sie sind Umweltwissenschaftlerin und Expertin und unser Gast heute in SWR 1 Leute. Ist das eine Botschaft, die von so einem Film ausgehen sollte beziehungsweise hängen bleiben sollte bei den Menschen? Ja, das ist sehr schade, dass so etwas aus so einem Film hängen bleibt. Und ich kann nur appellieren, dass ich sage, bitte unbedingt weiter den gelben Sack, die gelbe Tonne benutzen. Denn nur das, was wir an Kunststoffen getrennt sammeln, das kann auch recycelt werden. Und ein großer Teil wird dennoch recycelt. und kann entsprechend auch hochwertig weiterverwendet werden. Und was nicht recycelt wird, wird halt dann thermisch verwertet, so nennen wir es. Das heißt also, wird zu Energie gemacht, untersetzt fossile Brennstoffe. Und wenn wir nicht getrennt sammeln, dann haben wir die Chance auf ein Recycling nicht. Ihre Begründung ist, wir möchten nicht, dass unser Müll unkontrolliert irgendwo auf einem Feld in der Türkei verbrannt wird. Erstmal mal zu Ihnen. Wir haben es ja eingangs besprochen, als Sie den Film gesehen haben, was war denn Ihre erste Reaktion, als Expertin, die richtig tief im Thema drin ist? Ehrlich gesagt, oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Das war meine erste Reaktion. Dann muss man es ein bisschen differenziert anschauen. Der Film deckt natürlich auch Missstände auf, aber er erklärt mir viel zu wenig, was wir in den letzten Jahren geleistet und geschafft haben. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel geschafft. Wir haben technisch sehr viel erreicht. Wir haben politisch einiges auf den Weg gebracht. Und wir haben definitiv gerade bei den Kunststoffen noch Luft nach oben. Aber dass das so überspitzt dargestellt wird, dass das die Reaktion, wie von der Hörerin Barbara hier genannt worden ist, dass das die Reaktion ist, das ist ein falscher Ausgang des Films. Da ist die Botschaft falsch angekommen, ganz klar. Der Film hat ja auch sonst für kontroverse Reaktionen gesorgt. Also da sagt zum Beispiel der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft nennt den Film eine verfälschte Darstellung. Sie haben es jetzt gerade auch angesprochen. Da werden sozusagen die Errungenschaften der Kreislaufwirtschaft nicht genügend dargestellt, ihrer Meinung nach. Wir gehen mal durch so ein paar Kernaussagen des Films. Stichwort Müllverbrennung. Also wir internationale, zum Teil kriminelle Netzwerke entsorgen illegal unseren Plastikmüll, zum Beispiel auf Feldern in der Türkei und verdienen Milliarden damit. Richtig oder falsch? Definitiv falsch. Wir sollten uns ja auch mal die Mengen anschauen. Also es wird von 130.000 Tonnen in dem Film gesprochen, um die es halt geht, die in die Türkei exportiert werden. Es wird suggeriert, dass alles auf den Feldern landet. Auch das ist falsch. Und 130.000 Tonnen ist von 6 Millionen Tonnen Plastikabfall, was nicht alles Verpackungen sind, wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Und diese Mengenanteile werden in dem Film leider nicht dargestellt. Andere Kernaussage des Films. Große internationale Konzerne täuschen uns mit ihren Greenwashing-Kampagnen. Richtig oder falsch? Kann ich nicht zu 100 Prozent beurteilen. Ich weiß aber, dass es sehr viele Konzerne gibt, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die ganz große Anstrengungen unternehmen, zum einen Plastikverpackungen, Plastikprodukte recycelbar zu machen und zum anderen auch die sogenannten Rezyklate in ihren Produkten einzusetzen. Das heißt also auch für die Rezyklate einen Markt zu schaffen. Und den tut man damit Unrecht, wenn man alle über einen Kamm schert. Und es gibt sicherlich immer wieder schwarze Schafe in der Branche. Ich würde jetzt aber mal behaupten, das ist nicht die Mehrheit. Ja, aber tun die wirklich so viel, wie sie können? Oder wollen die eigentlich in Wirklichkeit nur immer mehr Plastik produzieren, damit sie es einfacher haben? Weil es billig ist? Tja, da fragen Sie mich natürlich vom falschen Ende her. Ich weiß, dass zu viel Plastik produziert und vor allem von uns verwendet wird. Und was das Ziel der Konzerne ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Natürlich geht es um eine ökonomische Wirtschaftsweise und die muss auch ökologisch sein. Und es wird zukünftig nicht daran vorbeiführen können, dass die Konzerne auch ökologisch agieren. Und da muss es Wege gefunden werden, die sinnvoll sind und die wir auch als Kreislaufwirtschaftler gut mittragen können. Und auf dem Weg sind wir gerade gemeinsam. Recycling ist keine vollständige Lösung und nur vorgeschoben, um immer mehr Plastik produzieren zu können. Also ein Argument der Industrie. Das ist eine Kernbotschaft der ARD-Doku, die Recycling-Lüge. Und wir sind in SWR1-Leute mit der Umweltwissenschaftlerin Professor Christina Dornack. Frau Dornack, ist an der Botschaft was dran? Also ich würde sagen, die ist falsch. Die setzt am falschen Ende an. Also es geht um das Recycling, was wir an Recycling können und was wir nicht können. Und die Abfallwirtschaft kann immer nur das behandeln und kann das tun, was sie bekommt und was hineinbekommt. Also hier müssen wir andere Ansätze fahren, um insgesamt weniger Kunststoff zu produzieren, politisch, wirtschaftlich. Aber man hat ja schon das Gefühl im Alltag als Einzelperson, die natürlich nie das Ganze im Blick haben kann, dass doch die Plastikverpackungen immer mehr werden und nicht immer weniger. Also alle Waschemittel sind jetzt wieder doch mehr in Plastik verpackt. Man hat ständig diese Lebensmittel, die teilweise nur wirklich nur zum Rausnehmen in einer riesigen Plastikverpackung drin. Also man kann wirklich nicht das Gefühl entwickeln, dass wir mehr recyceln und weniger produzieren. Nee, da haben Sie völlig recht. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge sehen. Und wenn wir zum Beispiel in unsere Plastikverpackungen oder in viele unserer Produkte auch die sogenannten Umweltkosten mit einbinden würden, also was kostet es, das zu produzieren und vor allem was kostet es, das umweltgerecht zu entsorgen, zu verwerten und nicht vielleicht hier auch Fehler zu machen, dann wären die Preise für solche Verpackungen so hoch, dass sie sich nicht mehr lohnen. Und das wäre ein Weg, den wir vielleicht gehen können, um den Verbrauchern auch zu helfen. Recycling hat ja eigentlich sehr, sehr viele Vorteile. Es liegt ja auf der Hand. Es klingt erstmal wahnsinnig gut. Man macht aus Alt neu und man spart auch Energie. Man spart Rohstoffe. Können Sie mir mal so ein bisschen ein paar logische Gründe nennen, verständlich für mich, warum wir dann trotzdem so wenig recyceln, weil die Zahlen liegen ja auf der Hand. Ja, das Recycling ist natürlich ein technischer Prozess. Der erfordert Anlagen, der erfordert Fachleute, ist an der Stelle aufwendig. Und das Rezyklat, also das Endprodukt des Recyclings, das muss auch in der Produktion eingesetzt werden können. Das heißt, wir brauchen gute Qualitäten im Rezyklat und wir brauchen sichere Mengen. Die Industrie braucht natürlich sichere Mengen und die muss wissen, ich bekomme diese Menge ganz, ganz zuverlässig jede Woche. Und da die Qualitäten unserer Rezyklate natürlich von den Produkten oder von den Abfällen, die vorher Produkte waren, abhängen, ist das nicht immer ganz klar gegeben. Also wir können sichere Stoffströme in der Recyclingwirtschaft liefern, wir können auch Mengen liefern, aber die Qualitätsschwankungen beruhen auf den Produkten. Und deswegen müssen wir wirklich an den Produkten ansetzen. Und wenn wir Vorgaben machen, dass zum Beispiel Rezyklate in die Produkte reingehören, 10 Prozent, 20 Prozent, muss man gucken, wie viel das sein soll. Dann achtet vielleicht auch der Hersteller darauf, dass die Produkte recyclingfähig sind oder besser recyclingfähig sind. Wie ist eigentlich die Verzahnung zwischen der produzierenden Industrie, also den Unternehmen, die Plastik neu produzieren, und der Recyclingwirtschaft? Gibt es da überhaupt Absprachen? Da gibt es Absprachen, da gibt es schon ganz gute Beispiele, wie man versucht, Kreisläufe zu schließen und wie man zwischen der produzierenden Industrie und der Recyclingindustrie agiert. Und da gibt es große Konzerne, die hier auch beide Seiten im Blick haben und die dann quasi auch die Entsorgung von Produkten mit zu sich nehmen und dann in die Produktion mit reingehen. Und das ist der richtige Weg aus meiner Sicht. Wo liegt das Problem? Warum recyceln wir zu wenig? Ist es ein technisches Problem? Kann ich mir nicht vorstellen, weil wir sind ein Innovationsland und haben die Möglichkeiten. Oder ist es ein politisches Problem oder ein gesellschaftliches? Es ist alles dreis. Also es ist alles dreis. In der Technik haben wir viel entwickelt, können wir auch noch viel machen. Da haben wir wirklich große Errungenschaften erzielt und wir sind auch in der Recyclingquote schon deutlich hochgekommen in den letzten Jahren. Das sollte man auch mal erwähnen. Es ist vielleicht auch ein politisches Problem. Unser primär Rohstoff zur Kunststoffherstellung ist Rohöl. Das ist möglicherweise viel zu billig, um es einfacher verwenden zu können als zum Beispiel Rezyklate. Und es ist natürlich auch das Streben nach Komfort von uns allen. Gehen wir mal rein in die Praxis. Wir haben gerade gesprochen über diesen Joghurtbecher, die neue Art von Joghurtbecher, wo außenrum so eine Papierhülle ist und dann innen drin der Plastikbecher und obendrauf der Deckel. Wie müsste ich den jetzt korrekt entsorgen? Also zuerst mal alles komplett auseinander machen, den Deckel komplett abziehen. Dann kann er in den gelben Sack die Papierbanderole abmachen, in den Papiermüll und den Plastik auch in den gelben Sack. Vorteil ist, das Plastik ist meistens ein sogenannter Monokunststoff, also aus einer Kunststoffart, kann prima recycelt werden. Und der Aluminiumdeckel, der wird dann ausgeschleust und geht in die Aluminiumverwertung. Okay. Was ist so die Realität? Also was machen wir in der Realität? Weil ich würde sagen, Plastikbecher und Deckel wandern in den gelben Sack aus falschem Verständnis. Und Papier, gut, das ist einfach, kann man schön abziehen und dann in den Papiertonnel werfen. Dieses falsche in den gelben Sack werfen, ist das ein Problem? Nee, das ist ja richtig, aber Sie müssen es trennen. Also Sie müssen es komplett abtrennen, weil sonst bläst die Maschine, bläst den Kunststoff gemeinsam mit dem Deckel ab, und dann stellt der Recycler fest, kann ich nicht recyceln, weil da habe ich einfach zu viel Aluminium drin. Wenn das komplett getrennt ist, wird wirklich nur der Kunststoff ausgeblasen, technisch und dann kann das prima recycelt werden. Wird das dann getrennt? Also gibt es da so Trennanlagen oder wie funktioniert das? Also was passiert eigentlich mit dem gelben Sack? Mit dem gelben Sack, das geht in Sortieranlagen und dann wird der Kunststoff komplett getrennt nach den einzelnen Kunststoffarten und das passiert automatisch mit sogenannter Na-Infrarot-Technologie im Wesentlichen. Und da werden die verschiedenen Kunststoffarten getrennt und jeder Kunststoff geht dann zu seinem entsprechenden Kunststoffrecycler, also zum Polypropylenrecycler, zum Polyethylenrecycler und so weiter. Also Technik ist das Stichwort. Jetzt gibt es ja immer mehr neue Verpackungen, die so ein bisschen sich selbst einen grünen Anstrich geben. Das hat zum Beispiel auch Markus Hepp aus Wernau angemerkt, der sagt, oft wird so produziert, dass nicht oder schlecht recycelt werden kann. Da fällt mir jetzt aktuell diese Pseudopapier-Unterverpackung mit Plastikdeckel bei Lebensmitteln ein. Ist das überhaupt sinnvoll? Tja, also eine Ökobilanz kann ich jetzt nicht direkt vorstellen, aber aus meiner Sicht wäre es besser, eine Verpackung zu haben, die Mehrweg ist. Das wäre wunderbar. Das wäre so das Optimum noch besser oder genauso gut ist, dass man sie aus einem Kunststoff herstellt oder aus einem Rohstoff herstellt. Und diese Mischverpackungen sind immer ein bisschen schwierig. Also da wird dem Verbraucher sehr viel abverlangt. Wenn er das ordentlich machen will, dann sollte er nämlich das Papier und den Kunststoff insgesamt auch voneinander trennen. Und das ist gerade bei den Verpackungen, die sind dann ein bisschen fissellig. Wir haben ja gerade gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Kunststoffe und dann auch unterschiedliche Erfolgsgeschichten. Ich glaube, Glas und Papier, das sind Erfolgsgeschichten, oder nicht? Das sind definitiv Erfolgsgeschichten und da ist es auch akzeptiert. Wir verwenden alle Recyclingpapier. Die Kartons sind alle aus rezyklierten Fasern. Das heißt also, unser Altpapier ist der wichtigste Papierrohstoff. Aber dort funktioniert es eben auch so gut, weil Altpapier deutlich billiger ist als ein Frischfaserzellstoff. Genau, also Kunststoffe sind eher das Problem. Da gibt es ja wirklich sehr viele verschiedene. Gibt es denn irgendeinen Kunststoff, wo man sagen kann, das ist gut, da funktioniert es? Ja, bei Polyethylen funktioniert es natürlich gut, aber eben nicht aller Kunststoff oder alle Produkte, die wir aus Kunststoff machen können, als Polyethylen gemacht werden. Das heißt also, wir brauchen in unseren Produkten schon eine gewisse Vielfalt und wir brauchen damit auch Lösungen für andere Kunststoffe, auch für Milchkunststoffe. Da reden Sie jetzt oder gehen wahrscheinlich in Richtung des Downcyclings jetzt mit Ihren Gedanken, also so minderwertige Fasern, die da entstehen, Fließpullis draus werden, Decken, Bahnschwellen, brauchen wir die alle überhaupt? Also ist das sinnvoll? Also es ist natürlich, ja mit dem Downcycling, das ist immer so ein Begriff. Gut, da gehe ich jetzt glaube ich nicht drauf ein, aber es ist immer gut, wenn Abfälle verwertet werden und wenn sie in Produkte gehen. Es ist natürlich noch besser, wenn es sozusagen hochwertig verwertet wird, das heißt also, wenn aus einer Verpackung wieder eine Verpackung wird oder etwas höherwertiges. Wenn das nicht funktioniert, sind die vielbesagten Bahnschwellen immer noch eine hervorragende Lösung. Wir haben zum Beispiel ein Recyclingfloß bei unserem Institut aus diesen Sortierresten gebaut und das ist jetzt von Dresden nach Magdeburg in einer Woche über die Elbe gefahren und sogar Steffi Lemke hat uns da besucht. Frau Dornack, wir trennen fleißig unseren Müll und haben gerade gesehen, da gibt es einen überschaubaren Effekt. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Mails auch bekommen, die immer wieder die Frage stellen, dass wir natürlich hier vor den Nachrichten dann auch Werbung hören und in dieser Werbung wird zum Beispiel Werbung gemacht für billige Klamotten, für Einwegartikel, die wir kaufen sollen. Das heißt, auf der einen Seite suggerieren wir, kaufe billig, kaufe viel und auf der anderen Seite reden wir beide jetzt darüber, dass recycelt werden muss. Da zeigt sich doch eigentlich das Dilemma. Da zeigt sich definitiv das Dilemma und solange unsere Wirtschaft dadurch ökonomisch arbeitet, dass sie eben verkauft und Dinge danach los ist und damit ihren Gewinn macht, wird das auch so bleiben und dass die Wirtschaft damit Werbung macht und sagt, kauf das bloß nicht, das hast du schon oder das hast du besser, das ist nicht zu erwarten. Also wir brauchen vielleicht auch eine neue Art zu leben, eine neue Art gemeinsam Dinge zu nutzen. Wir müssen unseren wirtschaftlichen Nutzen vielleicht mehr daraus ziehen, dass wir Dinge mieten, dass wir mehr Service anbieten, dass wir mehr Service nutzen und dass daraus vielleicht ein neues ökonomisches Modell wird. Darüber denken wir nach, aber wir sind noch zu keiner Lösung gekommen, wie das endgültig sein kann. Aber in verschiedenen Punkten funktioniert es ja schon. Carsharing funktioniert und andere Dinge. Also es gibt wahnsinnig viele Reaktionen hier unserer Hörerinnen und Hörer. Wir kommen auf gar keinen Fall hinterher, die alle zu beantworten, aber einige sind doch sehr interessant. Zum Beispiel merkt Oliver Schmidt aus Staufen im Breisgau an, dass es ja verboten sei für die Lebensmittelindustrie, Nahrungsmittel oder Stoffe, die mit menschlichem Organismus in Berührung kommen können, in Behältnisse aus recyceltem Kunststoff abzufüllen. Soweit richtig und wie sähe eine mögliche Lösung aus? Ja, soweit richtig. Das ist ein Punkt, wo wir definitiv ansetzen müssen, dass wir halt rezyklierte Produkte, Rezyklate so aufbereiten können, dass sie auch in der Lebensmittelindustrie angewendet werden können. Das ist im Moment nicht der Fall und die Lebensmittelsicherheit geht natürlich an der Stelle vor. Das ist ganz klar. Aber hier müssen wir eine Lösung finden zukünftig. Das ist ein Punkt, der eine offene Baustelle darstellt, definitiv. Genau, Sie wirken auf mich, als gäbe es diese Lösung eigentlich noch nicht. Es gibt sicherlich schon Lösungen dafür. Was Hygienisierung und solche Dinge betrifft, ist, wir haben aber auch in unseren Produkten, so wie sie sind, nach wie vor Schadstoffe. Wir nennen es Schadstoffe im Recycling. Es sind aber natürlich Stoffe, die wir in dem Produkt dringend brauchen. Wasserabweisend und solche Sachen. Das sind dann im Recycling die Schadstoffe, die wir in den Lebensmitteln nicht wiederfinden wollen. Das ist ein Problem. Wo hakt es? Also ist es ein Problem der Wissenschaft, dass da einfach die richtige Methodik noch nicht gefunden ist? Sind wir noch nicht so weit? Oder ist es tatsächlich ein politisches Problem, dass wir eigentlich sagen müssten, wir müssten mehr investieren? Es ist beides ein bisschen. Also auf der einen Seite müssen die Produkte anders aussehen, sodass wir sie eben dann auch in der Lebensmittelindustrie als Rezyklate einsetzen können. Und auf der anderen Seite fehlt uns vielleicht auch noch ein bisschen Technologie, die aber dazu führen kann, dass das Recycling etwas teurer wird. Wie hoch ist das Interesse der Politik aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das Interesse ist sehr, sehr groß. Wir haben den European Green Deal. Die EU hat sehr gut verstanden, was hier zu tun ist. Und wir setzen das in Deutschland natürlich so gut es geht um und haben da auch schon eine ganze Menge Schritte gemacht. Es ist jetzt gerade unter der neuen Bundesregierung einiges angelaufen, was da passiert. Die Politik nimmt das sehr ernst, aber wir haben immer noch gut Luft nach oben. Was können wir tun als Verbraucherinnen und Verbraucher? Außer zu sagen, wir achten bei unserem Einkauf drauf. Also man kann ja zum Beispiel auch Käse kaufen und sich den in eine Tupperdose reinpacken lassen. Macht nur keiner. Das machen die wenigsten, genau. Also wir können natürlich dafür sorgen, dass wir die Nachfrage für unverpackte Lebensmittel erhöhen oder für Lebensmittel, die eben nicht vorgefertigt industriell verpackt sind. Das können wir tun. Das erfordert ein bisschen Disziplin und das erfordert auch ein bisschen Willen von uns. Aber ich glaube, hier können wir die Nachfrage an der Stelle als Kunden steigern und können da auch ganz massiv auch auf die Industrie mit einwirken. Mal Hand aufs Herz. Also wir haben hier einen Hörer, Roland Spitz aus Königsfeld. Der sagt, wir reden wenig, sagen wir trennen seit Jahren, aber es tut sich wenig und der Verpackungswahnsinn wird immer exzessiver und das liegt nicht an den Verbrauchern. Hat er da Recht? Er kann eigentlich nicht Recht haben, denn wir können mit unserem Verbraucher und Verbraucherinnenverhalten doch wirklich was bewirken. Oder sind Sie da anderer Meinung? Nein, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Also wir können da eine ganze Menge bewirken als Verbraucherinnen und Verbraucher, aber da hat er natürlich Recht. Es ist schwer, sich dem zu entziehen. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn das so angeboten wird, es ist bequem, es ist leicht, man kann es schnell wegtragen und dann gibt es eine Tonne dafür. Und es gibt ein funktionierendes Entsorgungssystem. Also zur Entsorgung gehört Recycling natürlich mit dazu. und das macht es uns leichter, hier so zu agieren. Schwerer ist es, da was dagegen zu tun, aber wir können das machen. Wir können da sehr bewusst agieren. Und ja. Trotzdem möchte ich ihm auch an der Stelle Recht geben, denn man kann die Industrie da nicht aus der Verantwortung lassen. Also letztlich muss die auch ihren Beitrag dazu leisten und zusehen, dass weniger Verpackungen in Umlauf geraten. Und wo sehen Sie da eine Möglichkeit anzusetzen? Geht es am Ende doch nur über das Geld? Das denke ich schon, dass die finanzielle Seite ein Punkt ist, dass wir halt die Verpackungen entsprechend umweltgerecht so teuer machen müssen, dass sie wehtun, wenn wir sie mitkaufen. Und das soll jetzt keine sozialen Ungerechtigkeiten hervorrufen, sondern wir sind ja Meister darin zu sparen und Lücken zu finden, wo wir wieder Geld einsparen können. Und dann sind wir vielleicht auch Meister darin, Verpackungen zu vermeiden, wenn sie etwas teurer sind. Und da braucht es aber Vorgaben auch der Politik, sodass es hier keine Vorteilsnehmer oder Nachteilsnehmer gibt. Das heißt Leute, die dann oder Industrien, die dann Nachteil dadurch haben, dass sie eben umweltgerecht agieren. Da habe ich jetzt eine Nachricht von einem Hörer, dessen Namen ich leider nicht weiß. Plastik Rohstoffe sparen sehr schwierig. Gestern eine Nachfüllpackung eines Reinigungsmittels in der Hand gehabt. 250 Milliliter für 1,85 Euro. Die neue Flasche mit 750 Milliliter 2,25 Euro. Da ist doch die Entscheidung relativ klar, welches man dann mitnimmt, welches Produkt. Ja, absolut. Also das ist völlig falsch, dass es so etwas gibt und da müssen wir ran. Jürgen fragt zum Beispiel und ich habe auch noch eine weitere Nachfrage und zwar von einer Hörerin aus Dettenhausen, Renate Beck, die sagt, sagen Sie uns doch, wie konkret der Weg eines Tetrapaks, denn Tetrapaks werden immer wieder angesprochen und auch von vielen Hörerinnen als nicht recycelbar bezeichnet, von der Produktion bis zum fertigen Recycling läuft. Sagen Sie doch mal, Frau Professor Dornack. Ja, also da hat sich die Recyclingindustrie darauf eingestellt, dass es diese Tetrapaks gibt und hat ein Verfahren entwickelt oder Verfahren entwickelt, dass man Tetrapaks recyceln kann, sodass eben die Papierfaser getrennt wird von dem Kunststoff und getrennt wird von der Aromabarriere, was aus Aluminium besteht und auch die verschiedenen Kunststoffe können getrennt werden, sodass hier ein Recycling der Tetrapaks möglich ist. Das ist aber tatsächlich ein Ergebnis, Produktentwicklung ohne die Kreislaufwirtschaftler, aber wir haben uns darauf eingestellt. Ist es denn energetisch überhaupt sinnvoll, wenn man jetzt mal von der Produktion bis zum Recycling denkt, wird ja eine ganze Menge Energie verbraucht. Also sind diese Tetrapaks ein Problem oder sind die okay? Ich würde sagen, die Tetrapaks sind okay. Es ist natürlich immer besser, man hat ein sogenanntes Monomaterial, was nur aus einem Stoff besteht. Da brauchen wir weniger Energie als bei diesen Multimaterialien. Aber es ist dennoch besser, das zu recyceln, wenn wir ein gutes Verfahren haben, als es nicht zu tun. Aber ich verstehe es dann so, die sind ja nicht okay. Dann kaufen wir doch die Milch lieber in der Glasflasche. Das ist natürlich immer der Punkt, eine Glasflasche ist eine Mehrwegflasche. Das heißt, da brauchen wir ganz wenig Energie. Die muss nur gereinigt werden, um sie wieder zu verwenden. Das ist die optimale Lösung. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Sie forschen ja an Ihrem Institut an Strategien zur Abfallvermeidung und zur Vorbereitung der Wiederverwendung. Was wird sich da tun in nächster Zeit? Ich hoffe, da tut sich noch mehr, als es schon passiert ist. Da sind auch die Kommunen gefragt und da gibt es schon sehr, sehr schöne Beispiele, dass man zum Beispiel in Gebrauchtwarenhäusern einkaufen kann, die von den Kommunen betrieben werden. Ich nenne nur Stilbruch in Hamburg oder Halle 2 in München oder nochmal in Berlin. Das sind schon schöne Beispiele, wo man Dinge wiederverwenden kann, die geprüft werden, vielleicht repariert werden und dann sehr günstig an die Kunden abgegeben werden können. Nachhaltigkeitswirtschaft ist da das Stichwort und gibt uns vielleicht einen positiven Schlussausblick. Vielen Dank, Frau Professor Dornack für Ihren Besuch und das interessante Gespräch hat gar nicht gereicht. Wir müssen wahrscheinlich noch eine Sendung machen. Sehr gern. Es gibt noch viel zu sagen. Vielen Dank.